Musik Mehr Leistung Mehr Technik Mehr Elektronik Mehr Komfort Unter diesem Motto präsentiert Fendt den Modelljahrgang 91 mit konsequenten Weiterentwicklungen, die Ihnen ein weiteres Plus an Nutzen bringen. Neu, mehr Leistung. Die neuen Super Pharma mit 100, 110 und 120 PS. Der Vorteil noch mehr Leistungsreserven und ein niedrigeres Leistungsgewicht von nur 42 Kilogramm pro PS beim Pharma 312. Der Pharma 310. Seine Kennzeichen kompakt, wendig und der Vierzylinder-Turbomotor mit Konstantleistung. Sein hoher Drehmomentanstieg und die Konstantleistung im oberen Leistungsbereich bringen Ihnen deutlich weniger Schaltarbeit. Die Sechszylinder Super Pharma 311 und 312. 6,2 Liter Hubraum und wasserumspülte Zylinderlaufbuchsen garantieren thermische Reserven der Motoren auch bei härtestem Einsatz. Der Visco-Lüfter bei allen Super Pharma serienmäßig. Motorkühlung, wenn sie wirklich gebraucht wird. Das spart Kraftstoff und bietet Beschleunigungsreserven. Musik Noi, mehr Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020